ja leute herzlich willkommen zurück weiter geht es bei let's play sleeping dogs und wir gucken gerade mal was wir für eine neue mission haben aber ich muss jetzt dazu sagen ich habe mich jetzt dazu entschlossen nur noch hauptmissionen zu machen und dann eben sowas hier also drogen razzia scheiße die finde ich auch noch geil aber sonst eher eigentlich weniger ich guck gerade mal was bedeutet denn das gelbe hier ein event okay das werden wir dann auch noch mal aber so neben sachen wie sowas hier und so das ist finde ich jetzt persönlich nicht so geeignet von daher gehen wir jetzt erstmal zukünftige braut machen ist ein ganz schönes stückchen das wir jetzt erstmal so vor uns haben soll uns aber nicht stören wir sind ja noch in unserem wunderschönen hotel hier ja genau so und wir wissen ja es regnet ja immer noch okay müssen wir jetzt erstmal durch beim nächsten mal werde ich mich auf jeden fall erstmal schlafen legen oder so damit das aufhört es ist schon die dritte folge dass es hier regnet deswegen nehmen wir auf jeden fall unser auto das wäre mir noch nass hey verpisst euch mal komm mal ab blöde fötze oh ich war hier ein bisschen falsch habe ich den befehl ich muss hier rüber gut haben wir einen guten kilometer so vor uns sollten wir aber eigentlich packen mit unserer karte hoffe ich doch mal ich bin auf jeden fall zuversichtlich Taxifahrer scheiße wow 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 Bus hau ab du Bus so und falls jemand fragen sollte ich habe das Radio absichtlich so leise da ich keine Probleme mit Copyright bekommen möchte und ja das war gerade so einen scheiß Transporter den ich entführen hätte können habe ich jetzt aber keine Lust dazu bin ich hier richtig? das sind böse Jungs guck mal her ihr Wichser das muss natürlich erledigt werden sowas komm her das ist so ein scheiß Ringer hier fuck den kann ich nicht packen den kann ich nicht packen komm her komm her ja man zack haben die böse Jungs auch platt gemacht so was muss sein so was muss sein da führt kein Weg dran vorbei okay komm steckern BAM BAM ja man so geht es natürlich auch das war hat so unser Auto jetzt eine schöne Delle vorne drin aber egal oje hier ist eine Wand was ist das hier? will ich nicht da muss ich nicht hin da waren wieder böse Jungs oh mal die Markierung ist schon wieder weg oh ich hätte hier abbiegen müssen eigentlich egal so wird es auch boah sorry was läuft es denn da rum ist nicht der Zeitpunkt um hier rum zu laufen ich bin auf der Straße unterwegs mein Freund so hey 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 Ja, Peggy ist jetzt bereit, die Freude zu machen. Aber er ist nicht Winstern, ich werde mit ihm holen. Aber du musst dich nicht vorstellen. Kein Problem, Frau Chu. Okay, dann geht's. Geh, gehen wir. Danke. Ich brauche mehr Zutaten. Ich brauche mehr Zutaten. Ich brauche mehr Zutaten. Ich brauche mich. Hallo, Wei. Danke, dass du mich umdrehen kannst. Ja, kein Problem. Also, wo gehen wir? Die Flower Shop. Ich muss immer noch die Farbe wählen, die ich will. Du wirst nicht glauben, wie viel Arbeit es ist, um ein Wettbewerb zu sein. Wir haben jetzt acht Monate geplant. Und es gibt noch so viel zu tun. Ich bin sicher, dass es gut wird. Oh, es besser wäre perfekt. Meine Wettbewerb muss perfekt sein. Also, Wei? Hast du eine Freundin? Nein. Meine Leben... Das wäre jetzt nicht eine gute Idee. Deine Leben ist, weshalb es wäre gut. Du musst jemanden, mit jemandem zu sein. Das ist sehr wichtig. Wenn du immer schwerst, dann wirst du einen Tag vergessen, wie du sein soll. Dann wird es gut. Wenn du das sagst. Ich sage das. Du bist jetzt Familie, Wei. Ich habe zu schauen für dich, wie Winston. Nach der Wettbewerb, ich werde etwas finden für dich. So, wie geht es mit Winston's Mutter? Uh, sie ist ein HANDFUL. Aber, ihr wisst. Aber, ihr wisst. Wärme ist das Wettbewerb. Das weiß ich. Wie geht es? Wärme ist das Wettbewerb. Ha! Das ist das Wettbewerb, für sicher. Sie hat mich gewartet. Aber dann, ein Tag, ich hatte ein Problem mit Winston. Er war nicht so viel zu mir. Er war nicht so viel zu mir. Er war nicht so viel zu mir. Und, Mrs. Chu gave ihm eine große Lekture in front of the whole gang. Ich dachte, sie könnte das Wettbewerb auf ihn. Aber seitdem, Winston ist ein absoluter doll. Und, obwohl sie immer noch viel zu tun, ich weiß, dass er in der richtige Ort ist in der Lage. Du bist glücklich. Und meine Mutter nie magst meine Freundinnen. Ich glaube, es ist hart für die Moms. Ich habe das Ding für Blondes, auch. Und das hat sie auch gemacht. Und das war es nicht genug, wenn ich mit einer Chinas-American-Gerl. Aber eine Whitey? Haha. Well, es ist gut zu wissen, dass sie sehr lehrt zu ihren Menschen war. Nein, sie ist sehr lehrt zu ihren Prejudiken. Das auch? Okay, seid ihr jetzt endlich mal fertig hier? Boah, wie lange die auch quatschen, ja. Ja gut, aber ist immer interessant, da mal mitzulesen. Die Leute, die die Leute zum dritten Mal gucken, wird da richtig viel Let's Play, das Spiel. Ey, der ist mir reinge... Und jetzt habe ich aufgepasst, damit die ihre Laune nicht verliert. Und da ist der Spaß, die mir reingefallen. Hier, kommt, tränke dich noch mal auf, die Laune? Soll ich doch nicht auf mir sitzen? So. Hier sind wir. Ah, so good to see you again. Welcome, welcome. I'm here to finalize the details of the flower arrangement. Yes, yes. I'm just the driver. Wada katsunukum she's statue? I'm just gonna change back and then we'll be done. Actually, there is one other thing. Black orchids. Das ist wahrscheinlich so dumm, aber es war meine Mutter's favorite flower. Und jetzt, dass sie weg ist, ich dachte, dass ich eine Orchid-Orchid-Center-Pieße hätte. Ich bin Angst, dass das nicht möglich ist. Es gibt keine in Hongkong-Kong-Kong. Wirklich? Ich dachte, dass sie ein paar da unten in der Garten-Temple haben. Well, ja. Aber sie sind nicht für Verlust. The other day, der CEO von Oldboy Trading wollte eine für seine Mutter. Er sagte, dass sie dem Tempel 100.000 Dollar offerten. Sie sagen noch nicht. Das ist unglaublich, nicht wahr? Eine schwarze Orchid-Orchid garantiert, dass die Beine zusammen mit dem Rest ihrer Leben stehen. Oh, okay, Wei. Komm schon. Wir können jetzt gehen. Okay. Ja, aber stopp. Ich will doch noch die Statue mitnehmen. All right. Next, we need to pick up the wedding cake. So you got a cake picked up? Hey, come back! Ja, ja, wartet auch mal. Dankeschön. Was machten die bei dir im Laden, Alter? Jetzt wissen wir, wer sie gestohlen hat. Winston's in charge of that. She knows I'm very particular about cakes, but he promised I wouldn't be disappointed. I'm sure Winston will impress me. It's our wedding after all. And your wedding has to be perfect. Now you're getting it. Nudfair jemand hat die Torte gekauft. Bestimmt dieses Arschloch Dog Eyes. To was. So your mother took you to the States? Yeah, you know, she loved Hong Kong, but she wanted to give me and my sister a change of scenery. Oh, were you being a bad little boy? Heh, no, it was Mimi, my sister. Growing up in Old Prosperity, she... you know, she started down a particular road and... ...I had to get off her. And my mother hoped that moving to San Francisco would shake her up. Change who she hung out with, you know? Did it? Yeah, for a while. But some habits die hard, you know? Some don't die at all. I'm sorry, Wei. Winston mentioned that she passed away. I didn't mean to break her up. It's okay, Peggy. It's good to remember where you came from. And where you're going. Yeah, man, we will just irgendwie die Torte wiederbeschaffen. Ah. Meine Fresse. Hey, isn't that a Van from the Wedding K Company? Hang on. What are you doing? The guy, the guy had the wrong address. Winston asked me to make sure the cake is delivered. He's so thoughtful. Was muss ich jetzt machen? Muss ich den Van klauen, aber dann hängen wir alleine? Wait, slow down! Peggy, if we don't catch that Van, you won't have your special cake at your wedding. What? Faster, faster, go faster! Ah, geil, alles klar, okay. Come, hey, yeah. Scheiße, was ist da schnell? Hat er den Transporter getuelt, oder was? Ich spring da einfach rein. Ja, du musst dann nicht mal eine Steuer übernehmen, meine Mutter. Ja, genau. Er ist nicht überraschend. Du bist ein Gangster, mach was. Geh raus da und geh ihn! Ja. Genau. Das wollte ich auch vorgekommen, oder? Oh, nein. Wow. Wow, Baum. Wir haben hier nicht so viele Kurven. Hier, hier, take the wheel! Careful! Don't worry! Get that Van! I'll follow you! Aaaaaaah! Ah, my cake! Ja, man. Ich hab die Torte. Hahaha. Geil, man. Okay, wo ist die jetzt? Er fährt wahrscheinlich auch gerade wieder zurück. Okay, hier ist eine Hintergasse. Ja, nehmen wir die natürlich. Eine kleine Abkürzung. Sachschaden. Scheiß auf Sachschaden, Mann. Ja, Mann. Wir haben uns auch schon unsere Zeit erreicht. Aber ich beende die Mission jetzt hier natürlich noch. Jo, da sind wir auch schon. Ja, mach das mal. All done. Oh, thank you, Wei. Thank you. You know, it makes me think. Uh-oh. The wedding just won't be perfect without that Orchid. We're going to the temple, aren't we? I knew you'd understand. Do you have any family here at all? Uh-oh. Not any of that. Well, you're wrong, Wei. You have family, you have us. Uh-oh. No, I mean it. I know, Winston's work can be... Roth. Okay, ja. Okay. Keine Ahnung, was das war. Aber... Wir machen jetzt hier auf jeden Fall erstmal einen Schnitt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht die Mission weiter.